Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Hier sehen Sie einen sofortlieferbaren Ford S-Max Trend, 7 Sitze, neues Modell, Diesel mit Partikelfilter und viel Ausstattung. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser S-Max ein Sony MP3-Radio mit CD, einem USB- und AUX-Anschluss. Über die Bluetooth-Freisprecherlage können Sie drahtlos mit dem Handy telefonieren, ohne es aus der Tasche nehmen zu müssen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Per Sprachsteuerung können Sie die wichtigsten Funktionen von Klima, Radio und Telefon bedienen. Seine besondere Note erhält der Trend im Außenbereich durch das Tagfahrlicht, die neuen Rückfahrleuchten mit LED, die Edelstahlleisten an der Heckklappe und Kühlergrill in hochglänzendem Schwarzlackiert. Die abgedunkelten Scheiben hinten. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Im Innenraum gibt es Bordcomputer, fünf verstellbare Einzelsitze hinten, ein Multifunktions-Lederlenkrad und Sportsitze vorne. Für Sicherheit stehen ABS, ESP und 7R-Bag parat. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Elektrisch verstellbare und anklappbare Außenspiegel sowie Siebenkopfstützen und die Nebellampen. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020